Ich sollte mir was anderes einfallen lassen. In dem Laken ist jetzt ein Loch. Das wäre unsinnig. Ich dachte mir eigentlich schon, dass das nicht geht. Besser ich überlege. Nein, keine Chance. In diesem Rahmen war das Bild, das ich abgenommen habe. Nein, lieber. In dem Laken ist jetzt ein Loch. Ich dachte mir eigentlich schon, dass das nicht geht. Das hilft ab. Das scheint nicht zu klappen. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Ich weiß nicht. Aufmachen, ihr Verräter! Lange wird die Tür ihn nicht aufhalten. Das will ich nicht. Ich sollte mir was anderes einfallen lassen. Da sehe ich keinen Zusammenhang. Ein Schlaf ist jetzt nicht zu denken. Ich habe andere Sorgen. Hm, es passiert nichts. Freiwillig werde ich das bestimmt nicht anlegen. Hm, das geht nicht. Das ist jetzt nicht. Das ist jetzt nicht. In dem Laken ist jetzt ein Loch. Hm, es passiert nichts. Hm, es passiert nichts. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich sollte darüber noch einmal nachdenken. Ich bin viel zu weit entfernt. Ich werde mir den Hals brechen, wenn ich versuche, da runter zu klettern. Ich bin viel zu weit entfernt. Ich müsste schon hinunter gehen, wenn ich etwas tun wollte. Das ist viel zu weit weg. Ich werde mir den Hals brechen, wenn ich versuche, da runter zu klettern. Nein, keine Chance. So hat das keinen Zweck. Das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Ich werde mir den Hals brechen, wenn ich versuche, da runter zu klettern. Hätte mich in dem Laken ist jetzt ein Loch. Der Eimer hängt jetzt an der Angel. Der ist mir zu sperrig. Der ist mir zu sperrig. Mitnehmen möchte ich ihn auch nicht. Ein Hocker. Ein Tisch. Ein Bett, steinhart. Ein Spucknapf. Loris Papiers Papierschere hat etwas gelitten. Ein Teil der Schneide ist abgebrochen. Mit der Heckenschere kann man sich höchstens noch verletzen. Hm, das geht nicht. Der Schlüssel zur Tür des Turmzimmers in Sinclairs Villa. Eine Schraube. Eine Schraube. Das ist ein Tiegel aus Eisen. Er ist leer. In dem Laken ist jetzt ein Loch. Das ist ein Loch. Jah cover. Damit haben wir noch einen Platz. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Die Schraube. Das ist ein Loch. Und dann Enfrischen. Das ist ein Loch. Ein Joch? So ein Ding habe ich schon mal im Museum gesehen. Freiwillig werde ich das bestimmt nicht anlegen. Keine gute Idee. Hätte mich wirklich gewundert, wenn das so funktionieren würde. Das funktioniert so nicht. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Ich weiß nicht. Aufmachen, ihr Verräter! Lange wird die Tür ihn nicht aufhalten.